So, zwei meiner Lieblingsmenschen, die es gibt auf YouTube in einem Video. Ja, die liebe ich. Eine ganz besondere Frau sitzt neben mir. Meine Mutter. Hallo. Meine Mom hilft gerade unglaublich viel bei der Organisation der Hauptvideos. Parallel arbeitest du noch in der Grundschule. Richtig. Parallel bist du noch Mama. Wie kriegst du das alles hin? Habe kein ADHS, aber ich bin hyperactive. Hahahaha. Hier sind so einige Sachen entstanden an Videos. Vielleicht kennt ihr die noch aus älteren Videos. Das allseits bekannte Sofa, auf dem gefühlt die halbe YouTube-Szene geschlafen hat schon. Wie das Video überhaupt zustande gekommen ist, dass du halt immer Bock hattest mitzumachen. Richtig. Ganz kurz. Ich habe nur gesagt, Mom, setz dich einfach mal dahin. Ich frag dich jetzt ein paar Sachen. Sag einfach, dass du keine Ahnung hast. So ist das quasi entstanden. Das war so quasi unter Script. Was machst du? Ich sitze. Dir ist irgendwie langweilig, oder? Nee. Möchtest du irgendwas machen? Nein, muss nicht sein. Ich chill ein bisschen. Hm, doch sag mal, warum hast du auch so geil? Ich sag so manchmal meiner Mom, guck immer nur so in die Richtung, damit du mich quasi anguckst im Video. Und dann guckst du aber trotzdem manchmal so weg. Ich chill ein bisschen. So, ich chill ein bisschen. Aber so wie du hier redest, redest du schon manchmal so, ne? Mom, geht's dir gut? Alles gut? Was machst du hier so? Nix. Ich sitze. Also das ist halt irgendwie so aus dem Leben geschnitten so ein bisschen. Ist perfekt. Stimmt. Doch sag mal, worauf hast du Bock? YouTube machen. YouTube machen? Nicht dein Ernst, oder? Doch, YouTube machen. Alles außer YouTube. Doch, YouTube. YouTube. Vielleicht eher was anderes? YouTube. So ein altes Video, lustig. Komm, wie du das schon siehst, du weißt gar nicht, was jetzt auf dich zukommt. Erzähl mir mal bitte auf, welche Social Media Plattform du alle so kennst. YouTube. Diese ganzen sozialen Netzwerke, die wir YouTuber den ganzen Tag nutzen. Facebook, Twitter, Google. Google? Und Snapchat. Step Nummer 2. Wir brauchen eine Idee. Weißt du schon, was du in deinem Video so machen möchtest? Leute, die ich gern... Ich hab's ihr immer noch... Ich hab's ihr gesagt, sie sollen einen Koch-Channel machen. Das wäre mir persönliches Anliegen. Und dann haben wir pranken. Pranken. Winz zum Beispiel. Und Butterfries gleichzeitig. Du wolltest immer pranken, ne? Das stimmt. Immer wolltest du pranken, immer wolltest du Winz pranken, ne? Das stimmt. Ja. Du hast auch manchmal einfach so Winz, dann kam der so aus der Tür so voll verbinden, hast den immer so in den Bauch geboxt. Geboxt, ja. Kriegst du einfach so eine verpasst morgens. Einfach so. Ja. Und der Winz hat sich immer so aufgeregt. Wie boxt du mich jetzt hier? Aua. Mit 16 auf dem Skateboard kann ich bestimmt eine Longboat-Tour machen. Das wäre auch cool. Das stimmt ja sogar wirklich. Du hast ja damals geskatet. Meine Mom hat mir Fotos gezeigt, wie sie damals aussah. Einfach. Mit 16, Mike. Die ist halt einfach cool. Skateboard, ne? Einfach K-Pop. Wirklich K-Pop. Vielleicht haben wir noch ein Foto von damals von dir, dann blenden wir das hier ein. Mach doch ein Kochvideo mit ihr. Ich habe mit Mui sogar schon Lieblingsessen gemacht. Ah ja. Also K-Pop-Style mit Skateboarden. Du hast auch erzählt, dass du auf Bäumen geklettert bist und Sachen geklaut. Ja, auf jeden Fall. Geklaut? Bäume? Ich habe zwei große Brüder, also deine Onkels. Und die haben mir immer beigebracht, was man so aus Jugendlichen draußen machen dürfen. Bäume klettern, über Becher springen, Insekten fangen. War Singapur damals denn strenger? Weil Singapur war ja schon ein bisschen konservativer, auch früher oder nicht? Nee, also konservativ finde ich nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Land ist, was aus Verboten besteht. Gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe meine Kindheit so gut genießen wie überall. So, bevor das wieder anfängt, brauchen wir noch eine Begrüßung. Dann willst ja deinen Zuschauern irgendwie Hallo sagen. Hier ist Mama Ju. Wie glücklich sie aber auch dabei geguckt hat. Hier ist Mama Ju. Finde ich gut. Finde ich gut. Sollte man einfach genau so übernehmen. Warte Mama, ich zeig dir mal ganz kurz ein Beispiel. Der Uphorate macht das zum Beispiel mal so. Tja, ha, 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 moin Leute. Tja, ha, 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 moin Leute. Oh, da war diese Uphorate Sache noch voll groß, ne? Ja. Ja, didn't age well, Alter. Das ist ja in Insi-Modus, Freunde. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit, bis er so erwachsen wird. Ha, 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 ha. Nächstes Jahr ein großer Weber ein moderneres Erscheinungsbild. Und dafür habe ich extra einen Style-Spezialisten einfliegen lassen. Direkt aus Berlin. Hi, ich bin John, Style-Spezialist. Direkt aus Berlin. Das erste was brauchst du sein. Wie der John noch aussah. Boah, John war der erste, der sich die Haare gefärbt hat, ne? Das stimmt. Ja, immer so pink orange sonst was. Also Rob und ich haben ja dann auch irgendwann angefangen damit. Und dann habe ich das ja immer so voll lange noch weiter gemacht. Aber John hat das ja irgendwie so 3, 4, 5 Jahre vorher schon gehabt, ne? Stimmt. Rob auch am Start. Stimmt, der Rob war ja auch da. Mhm. Auch mit dem Tattoo. Das Tattoo ist so kacke. Ich weiß noch, wie ich damals, ne? Weil ich bin ja, ich bin ja trotzdem so, ähm, ich wurde nicht streng erzogen. Das nicht, ne? Aber ich musste, äh, musste dir ja trotzdem natürlich Bescheid sagen. Ich will mir so ein Tattoo machen. Hab ich mir das erste Tattoo ja hier am Bein gemacht, ne? Mhm. In Singapur war das. Genau. Ich habe gesagt, ich will nur ein ganz kleines Tattoo, so Totoro-Tatto. Ganz klein, so klein nur haben. Und dann ist es doch größer geworden, halt so groß. Und dann habe ich dir gezeigt und ich dachte so, ah, jetzt ist meine Mom sauer auf mich, weil das größer geworden ist. Das erste was du gesagt hast, ist, kann ich auch ein Tattoo machen? Ja, das stimmt. Du wolltest auch einfach ein Tattoo haben. Hast ja hier, bekommen das. Als nächstes brauchst du eine coole Jacket. Wir brauchen Partner-Tattoos, immer sehr süß. Wir wissen, wo du herkommst. Außerdem brauchst du noch... Ich habe meine Mama auch schon mal gefragt, ob wir uns ein Partner-Tattoos machen. Da hat die mich angeguckt und meinte, auf gar keinen fucking Fall. Cool, Treta, das ist der neueste Schrei. Damit die Leute wissen, wo du herkommst. Das mit diesen zwei verschiedenen Socken habe ich auch von dir geerbt gefühlt, ne? Der nächste Step ist, Analizismen zu benutzen. Analizismen sind cool, Analizismen sind new. Mama, bist du fly? Das ist so cringe, ey. Das war so cringe. Das ist wirklich cringe. Wenn die eigene Mom sagt, dass es cringe ist, dann ist es cringe. Bist du fly? Was ist das? Analizismen sind beispielsweise englische Wörter, die du auch benutzt, wenn du deutsch redest. Finde ich cool, sowas zu machen. Ja? Ich habe dich verstanden. Ich habe dich verstanden. Ich habe dich verstanden. Ich habe dich. Ich habe dich. Und das hier, muss ich sagen, seitdem ich das gemacht habe, und die Kinder in der Schule hat monatelang immer gesagt, komm Bubu, mach das, mach das, I got you. Die machen das immer. Immer noch nicht? Nein, nicht mehr. Als die Kinder dann weg waren von der Schule, nicht mehr. Aber ich habe immer gesagt, komm, lass uns machen, I got you. Echt? Und machen die das auch gegenüber euch. Wie cool aber auch, wenn so Jus' Mama deine so hier Erzieherin da ist und die wissen das so und feiern es selber und sind dann übel lieb. Ist wahrscheinlich, kann ich mal den Julien treffen. Aber cool, dass du das gesehen hast. Das war richtig lustig. Ich finde schon, wenn ich das alleine mache. Aber es war halt damals irgendwie so. Zu der Zeit passen ja. Na, heute will sie mich auslachen. Der nächste Step ist, du brauchst ein Markenzeichen, damit du bei den Leuten in Erinnerung bleibst. Bei mir ist es beispielsweise das Tanzen. Oh, das möchte ich auch gerne machen. Tanzen. Aber kannst du das überhaupt? Habe ich dabei gebracht, als du so klein warst. Das haben wir in Bali gemacht. Weißt du, ne? In Bali, stimmt. In Bali haben wir auch nochmal so eine Tanzsequenz gemacht. Das Lustige ist so, ihr seht, wie sehr sich meine Mom konzentriert hier. Ich glaube, ich saß davor und hab dir das dann so vorgegeben. Ach so, dann hast du es so nachgemacht. Mhm. Ein weiterer auch sehr wichtiger Step. Mama. Mama, hörst du mir zu? Ja. Mama, hörst du mir zu? Ja. Okay, wie ich bereits gesagt habe, der nächste... Das ist immer noch bei dir so. Manchmal guckst du so ein YouTube-Video und ich so, Mom, ähm, ne Frage. Und dann sagst du so, ja. Und dann machst du Stopp, aber irgendwie geht nicht Stopp. Und dann läuft das Video weiter, so, ja, warte. Und... Mama, magst du einfach das iPad weglegen? Ja, aber ich guck John Kim auf YouTube. Und der letzte Step ist, Mama, du musst die Leute zum Liken und zum Abonnieren animieren und sei einfach locker, hab Spaß, sei kreativ, setze neue Trends. Bekommst du das alles hin, Mama? Weißt du, Juju, wenn ich mehr Zeit mit dir verbringen kann, dann bin ich ja schon ganz glücklich. Eigentlich ja voll... Oh, süß. ...und sad eigentlich, weil das ja auch voll echt war, ne? Da warst du bei einer Zeit, wo wir dann erst mal ein Jahr oder ein, zwei Jahre lang nach Köln gezogen sind, ne? Und dann war ich erst mal weg. Ja. Wir waren ja gar nicht mehr in Aachen, weil ich dann einfach nur noch durchballern wollte, erst mal so für mich sein wollte. Und dann warst du ja irgendwie dann auch öfters da, hast mal geguckt, was wir so machen. Fandst du irgendwie so cool, dass du auch irgendwie so mithelfen wolltest, egal bei was, ne? Deswegen ist dieser Satz eigentlich auch so true, ne? Ja. Und dann irgendwie bist du jetzt auch so ein Teil des Teams geworden, ne? Und jetzt kommt der erste Vlog mit allen Sachen, die meine Mom gelernt hat. Tja, ha, 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 morgen, Leute. Mama Ju ist wieder da, fly. I got you. Check mal meine Pimmed-up-Jacket. Ich hoffe, bei euch ist alles fresh, so wie das Wasser in dieser Butter. Ei, 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 ei. Das ist so cringe, ey. Oh, schon wirklich das Stück auch noch nicht mehr. Freunde, wie findet ihr das? Cringe? Ja, es ist mein Favorite-Video, bin ich ganz ehrlich. Der Monster-Cringe. Bei 50 Likes auf diesem Video mache ich... 50 Likes ist doch gar nichts. Bei 100 Likes auf meinem Video pranke ich den Vincent. Ist das jetzt dein Ernst? Oder ist es mich jetzt echt... Bevor ich pranke, mache ich erst mal meine Longboard-Tour. Was? I got you. Was ist lustig? I got you. Das ist einfach voll der geile Catchphrase. Für mich ist es schon so, wir haben ihr die Kamera in die Hand gegeben, diese Ligria, diese YouTube-Vlog-Kamera damals. Und gesagt so, jetzt sagst du was, dass du jetzt eine Longboard-Tour machst. Und ich bin in der Küche und kannst du die Kamera einmal so drehen. Meine Mama hat das schon gut nachahmen können irgendwie, wie wir... Das war übel gut. Ich wollte gerade sagen, das war perfekt. Kannst du halt so machen? Siehst du da? Ist das Annika? Ja. Ist das Sean? Guck mal, so war unser erstes Büro quasi, ne? Ende 2015. Ich glaube, das war auch eine Erfindung von dir, glaube ich. So, Double-Dap. Double-Dap. Ja, viel Kreativität habe ich natürlich auch von meiner Mom. Yo, Leute, wenn ihr mir sehen möchtet von mir, checkt meinen YouTube-Kanal und auf Google. I got you. Einfach sehr gut. Aber warum ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht. Oh, Leute! Eilts auf! Das war ja auch noch... Oh, Mann. Ne, das war so eine kleine Parodie auf Pietro. Pietro, ja. Und nach wie vor der krasseste... Der krasseste... Der krasseste Fakt immer noch zu dem ganzen Thema. Die Hackies wissens. Ich hoffe, Alessio geht's gut. Kennt ihr noch? Ich hoffe, Alessio geht's gut. Das war so ein Thema auf Twitter dann. Und auf Facebook und sowas. Ich hoffe, Alessio geht's gut. Ist von Tommy Schmidt. Hat er zumindest mal gesagt. Also, dass der das ausgelöst hat. Dass er dieses Ding so inszeniert hat damit. Komplett wild die Nummer gewesen. Und so schließt sich der Kreis. Und so schließt sich der Kreis. Ja, wenn man Ruf kaputt geht. Lustig, weil das haben wir bei Ketapan ja auch gehabt dann. Lustig, ey krass. So lange ist das schon her. Ja, zu der Zeit. Ja, das war ja Hype, ne? Dieser Spruch. Ja, das war voll big da das Thema mit Pietro. Ist gerade rausgekommen so. Life is funny. Ja, ihr beide, ey. Guck mal, da kann man mal sehen, wie klein meine Mom ist. Ja, Vince war ja riesig. War ja riesig, ist immer noch riesig. Das war geil. Schön, schön, schön. Lustig, ne? Musst du mir eigentlich die andere auch gucken, ne? Welches? Wo ich Rapper rede. Ach so, ja stimmt. Mit den Raps war auch funny, ja, ja. Das war ein kleiner Einblick von 2016. Oh ja, okay, sechs Jahre, ja. Das ist schon. 2016? Ja, das sind sechs Jahre, ich dachte acht, warum auch immer. Krass. Also ich glaube insgesamt sechs oder sieben Videos habe ich mit dir gemacht, oder? Mhm. Das hier, der Rap von Instagramer bin ich auch. Dann in Bali auch. Ja, ja. Das war auch schön. Ja, Bali, das war ein krasses Ding, ne? Wir hatten nach irgendwie nonstop Durchball, aber damals haben wir ja noch jede Woche einen Kurzfilm gedreht. Wir hatten zwei, drei Tage immer nur Zeit zum Schreiben. Parallel mussten wir organisieren den Dreh, haben dann gedreht und parallel auch noch geschnitten. Und das dann hochgeladen und direkt nach dem Upload ran gesetzt an das nächste Projekt. Und das halt jahrelang durch. Ich bin einfach so froh, dass sie das nicht mehr machen. Immer wenn du diesen Jungen gesehen hast damals, war der so unglücklich. Das war richtig, richtig, richtig schlimm. Ich habe das ja schon mal erzählt. Also, was heißt nicht unglücklich, aber er war so fertig, dass er einfach nicht mehr so Glück spüren konnte. Und jedes Mal, wenn ich Drew gesehen habe, war der einfach nur so in irgendeiner Ecke. Weil eigentlich wollte der dann auch nicht da sein, weil der Erfolg war dann so krank, aber er hatte so wenig Zeit, dass er das halt nicht irgendwie so realisieren konnte, glaube ich. Und dann war das halt irgendwie immer so, keine Ahnung, ich fand den einfach cool. Ich hatte immer eine gute Zeit mit Drew, aber man hat das richtig gemerkt, wie viel das einfach die ganze Zeit war. Boah, bin ich froh, dass die das nicht mehr machen, sondern nur noch ihre Projekte, so wie es jetzt ist. Könnt ihr auch gerne so beibehalten. Einfach mal so kurz Stress und dann wieder ganz lange chillen einfach. Dann haben wir einmal Urlaub gemacht, in Bali angekommen, da haben wir ein paar Drinks gehabt. Und dann waren wir im Wasser. Wumm, ich sofort harte Grippe. Dann ging, ja, genau. Und dann kamst du ja irgendwann auch nach und so weiter. Dann haben wir das ganze Video, was wir mit mir drehen wollten, mit dir gedreht. Ja, das hat mir Spaß gemacht. So, das war's. Du musst jetzt weiter. Was machst du jetzt? Ich gehe zum Bunker, da haben wir ja unsere Labordreh gehabt. Und ich habe dem versprochen, dass ich noch einmal komme. Locations. Connections. Locations. Was meine Mutter für Leute mittlerweile kennenlernt, hier in Aachen. Das ist ja krank. Kommt ihr wieder mit? Ja, weißt du, wen ich kennengelernt habe? Und es ist einfach so ein König oder so. Ja, richtig. Das war sehr süß. Das war ein holzom und gutes Video. Das hat, äh, das hat, äh, das hat, äh, war gut.